Willkommen zurück zu Exit. Diesmal Exit 4. Das heißt, wir haben hier bestimmt wieder fünf Level, die wir durchspielen werden. Richtig. Und die Besonderheit ist, das Spiel kommt erst am 13. Februar und ihr könnt es jetzt schon exklusiv hier auf Philips sehen. Und zwar alle fünf Folgen bis zum 14. Februar kommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier voll ins Game. So. Also anscheinend müssen wir immer noch malen. Ich weiß auch noch nicht, was dieses Portal hier bedeutet. So. So laut. Ich muss jetzt gleich mal die Einstellung ein bisschen ändern kurz. Weiter geht's. Level 2. Oh, was ist das denn da oben? Farblex. Dachte ich mir schon, dass genau das macht. So. Ich muss erst mal ein bisschen reinkommen. Das ganze ist Game. Lange als Uni gespielt. Seit Exit 3 Painter. So, was haben wir denn hier? Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass wir das machen. Aber die Kugeln nicht anmaulen. So. Geht alles. Alles ist machbar. Muss es nur wollen. Level 4. Wo ist das denn? Ich will jetzt wissen, was das hier für ist. Ah, okay. Da wird mal so raus teleportiert. Haben wir das schon mal gelernt. Da Pfeile rein ist rein und Pfeile raus ist raus. Und anscheinend funktioniert das bestimmt nur bei den bestimmten Farben. Guck mal, da ist ja extra Leben. Min 6. Oh. Was haben wir denn hier? Grün. Haben wir noch eine Portale. Cool. Das ist natürlich jetzt doof. Mal genau angucken. Also ich denke mal, ich muss erst die blaue Kugel rüberhauen. Was ist zum Engel? Was ist zum Engel? Was ist zum Engel? Ich muss noch mal angucken. Perfekt. Der ist total verwirrt. Total verwirrt ist er. Wir müssen jetzt viel zu wenig Zeit hier die ganze Zeit. Wo muss ich denn hin? Nach da oben. Das ging schnell, ich hätte das Leben noch einsammeln können, aber das wollte ich jetzt nicht. So wie habe ich jetzt schon mal gelernt, dass nur die gleichen Farben miteinander funktionieren. So rot und rot geht, grün und grün geht. Äh, bekomme ich den in blau? So muss ich erst mal rot machen. Was zum Henker? Ne, ich muss ihn... Ah, ich weiß wie. Ich muss den rot machen, dann kann ich hier reinschießen. Jetzt ist er blau und jetzt ist er dort. Ach man, das ist eigentlich so einfach, ne? Trotzdem verkackt das. Ah, anscheinend schießt es dann immer raus. Dann müssen wir es so machen. So. Ja, easy peasy, herzlichen Glückwunsch, hast du in Kapitel 1 ausgeführt. Da danke Schatz schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, exit. 2, 3, 4, 5, Painter. Tschüss. 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10.